Liebe, Trauer, Tod, zentrale Elemente im Werk des norwegischen Malers Edvard Munch. Viele persönliche Erfahrungen und Erlebnisse hat er in seinen Werken verarbeitet. Allein 1700 Gemälde sind es, dazu viele Zeichnungen und Grafiken. Den größten Teil davon gibt es in seiner Heimat Norwegen zu sehen. Und deswegen hat das Land seinem Künstler jetzt ein neues Museum gebaut. Im Hafenviertel der Hauptstadt Oslo. Dort werden seine Werke jetzt zusammen mit den anderen Künstlern gezeigt. Sophie Donges war schon dort. Wie viel Edvard Munch den Norwegern bedeutet, erkennt man sofort. Das neue Museum thront majestätisch am Osloer Fjord. Der obere Teil des knapp 60 Meter hohen monumentalen Baus hat einen Knick. Eine Verneigung vor der Stadt, der Oper und der Kunst an sich, so Museumsdirektor Stein-Olaf Henrichsen. Es ist wirklich ein großes Haus. Man kann unmöglich alles auf einmal erleben. Am besten verschafft man sich zuerst einen Überblick über die Architektur, das Haus und das Angebot. Auf den verschiedenen Etagen gibt es unterschiedliche Aktivitäten. Von ganz oben hat man einen fantastischen Ausblick über den Fjord. All das zusätzlich zur Kunst, die hier ausgestellt wird. Ein Jahr lang mussten Kunstfreunde auf die Eröffnung warten, wegen der Pandemie. Bisher konnten Munch interessierte nur einen Bruchteil der Werke im alten, deutlich kleineren Museum bewundern. Das neue bietet auf einer Fläche von 4.500 Quadratmetern deutlich mehr Platz für die Kunst. Der Umzug ins neue Gebäude war recht aufwendig. Mithilfe von Kränen mussten die größten, teilweise fünf Meter hohen Bilder zunächst aus dem alten Museum herausgehoben werden, um sie dann über den Oslofjord wieder mit einem Kran durch einen Spalt in die Fassade des Gebäudes zu heben. Arbeiter seilten sich vom Dach ab und führten die Werke ins Innere des Museums. Die Öffnung in der Fassade ist inzwischen wieder geschlossen, so Architekt Jens Richter. Da gibt es auch eine Geheimtür, die man im Notfall auch benutzen kann, um die Gemälde auch wieder herauszubringen. Aber geplant ist, dass sie natürlich in ihrem Zuhause wohl und behütet verweilen können. Gemeinsam mit seinem spanischen Kollegen Juan Herreros hat Richter das Gebäude entworfen. Ein monumentaler Bau, der wie ein Leuchtturm der Kunst in die Stadt strahle, beschreibt Richter seine Idee. Nicht alle Menschen in Norwegen sind begeistert. Das Gebäude sei kalt und ambitionslos, so wurden einige Osloer Bewohner vor Monaten in der Presse zitiert. Kurz vor der Eröffnung zeigten sich Passanten vor dem Museum etwas versöhnlicher. Vielleicht ein bisschen kolossal im Vergleich zu den anderen Gebäuden. Es nimmt viel Licht und Freiraum. Aber es gefällt mir, weil man sich getraut hat, was komplett Neues zu bauen, das spektakulär ist. Es ist einfach nicht langweilig. Leute aus aller Welt sehen das Gebäude und wissen sofort, wo es steht. Knapp 400 Werke werden gleichzeitig ausgestellt, von den rund 27.000, die Edvard Munch der Stadt vermacht hat. Es soll auch immer mindestens eine Version seines berühmtesten Bildes, der Schrei zu sehen, sein. Nicht nur für die Norwegerinnen und Norweger werde das Museum zu einem Anziehungspunkt, glaubt der Osloer Bürgermeister Raimund Johansson. Oslo verändert sich aktuell sehr. Wir sind auf dem Weg, eine wichtige Kulturstadt zu werden. Wir haben die bekannte Oper, die neue Deichmann-Bibliothek und jetzt das Munch-Museum, auf das ich sehr stolz bin. Es wird viel für unsere Stadt und unser Land bedeuten. Zur Eröffnung wird die britische Künstlerin Tracy Eman einige ihrer Werke im Munch-Museum präsentieren. Die Ausstellung Die Einsamkeit der Seele zeigt, wie der Norweger Munch Eman über mehrere Jahrzehnte in ihrer Arbeit geprägt hat.